Hey Kinders, was geht bei euch? Ich hab wieder Köbelstein im Overwatch und er leckt. Ähm, und er hat eine Spin-Bot. Alles klar? Was gibt man da nochmal? Also auf jeden Fall Wall-Hack und Aim-Bot, ne? Aber gibt man auch Other und The Griefing? Das müsst ihr mir bitte noch einmal sagen, was muss ich bei Spin-Bot geben? Also er hat ganz klar eine Aim-Unterstützung und ich denke auch eine Wall-Hack, weil sonst würde er die Leute nicht sehen und auf sich zulaufen und hin und her. Na, scheinbar ging es nicht anders. Wir mussten jetzt dann doch wieder das 2 bekommen, nachdem wir zweimal Köbelstein hatten. Kann man nichts machen. Ich mach gerade mal noch das Mikrofon ein bisschen höher. Naja, naja. Also, wie sieht's aus? Schon mal kein Spin-Bot. Ist schön. Ist angenehm. Ich hoffe, wir haben jetzt einen ganz schwierigen Fall. So einen Fall, bei dem man am Ende gar nicht weiß, was jetzt los ist und ich mir selbst ein Heck drück. Mhm, mhm. Was machst du jetzt, Suspect? Oh, da kommt einer von B, ne? Wollte grad sagen, Suspect, Vorsicht! Achtung, unten kommt auch einer. Hat er ihn jetzt gehört? Ja, ich glaube, er ist gesteppt, ne? Da drin. Beide Mates sind gestorben. Ich glaube, der Nate, die hätte er vielleicht sehen können mit seinem Wall-Hack, also die Bewegung. Oder so. Weiß nicht. Ja, ne? Kann man ja sehen. Bei manchen sind ja so, äh, hm, hm, hm. Verstehst du? Ach Gott, ach Gott. Naja, der sah ziemlich normal aus. Ich sitz gerade zur Kacke mit dem Stuhl am Mikrofon und verschieb's dann dauernd. Äh! Jetzt, jetzt. Also, machen wir mal Zeitlupe an der Stelle. Nicht. Es ist noch einer auf B. Die Bombe ist auch bei B. Down. Und, ja. Man hat sich in Steppen gehört. Wow! Was war das für ein Zuckler grad eben nach drüben? Manchmal haben die Demos auch ganz komische Bewegungen. Soweit ich weiß, sind die 32 Dings, ne? Tick. Mhm, mhm, mhm. Er bleibt einfach stehen. Was macht er denn da? Hallo? Ja, steht rum. Das ist schon ein cooler Boy, ne? Er chillt ein bisschen. Kratzt sich am Sack. Macht vielleicht mal was, ne? Also. Komm. Oh, da wurden Mitte direkt zwei, äh, bei B. Doch, doch, Mitte. Wurden zwei gelegt von B aus. Seine Mates sind schon zu dritt drauf. Die letzten beiden Cities sind Mitte. Mhm, mhm, mhm. Okay, da konnte er gar nicht viel machen. Er war mehr AFK, als dass er da irgendwie helfen konnte. Ja, wenn die, wenn die Demos so rumzuckeln manchmal. Also ab und an gibt's wirklich von der Demo her. Ne Art Leck. Dass es so aussieht, man, er ist dann in einer blühen Situation, man denkt, äh, er hat dann ein Aimbot oder sowas. Weil er ist einfach... Ah. Er wurde aus Versehen oder mit Absicht geneift und hat dann zurückgeneift. Das ist natürlich ein sehr behindertes Verhalten. Oh! Da hat er einen Aimbot, äh, einen Wallhacker, äh, oh, nein. Nein. Ich wollte gerade sagen, ein Spinbot im Gegnerteam. Jetzt hat er selbst angemacht. Was für ein dreckiger Bastard. Wie kann man da so ein räudiges Stück Scheiße sein? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Video wird direkt, äh, im, im Ding... Ja, er hat ja gesehen, wie der sich dreht. Was für ein... Das Video wird sofort im, im Manager als Orange angezeigt, weil ich geflucht hab. Ich hab letztens ein paar Tests gemacht, wo es ja... Weil es ja hieß, äh... Oh, guck mal, wie... Hahaha. Scheiße, Mann. Spinbotter gegen Spinbotter. Ach, du Kacke. Gaming und gewaltverherrlichende Videos, blablabla, hin und her, nicht mehr monetarisiert. Alles schmarrn. Also zumindest aus meiner Warte und, ähm, und aus der Warte einiger anderer, mit denen ich so zusammenarbeite. Ich kann ganz fest sagen, dass es steht sogar so in den YouTube-Richtlinien, Gewalt in Videospielen erlaubt ist. Und komplett monetarisiert wird. Der Button also komplett grün ist. Wenn du aber, ich hab jetzt einige Tests gemacht auch hier auf dem Kanal, wenn du ein bisschen fluchst, wie das, was ich gerade eben gemacht habe, bumm, ist es orange. Es wird immer noch beworben, aber es ist halt orange, nicht grün. Es wird ja nur noch, ähm, mit Beeinträchtigung beworben. Also, Werbung für Pampers kommt da wahrscheinlich nicht mehr. Oder es kam schon bei mir, Pampers-Werbung. Naja, habt ihr mir schon gesagt. Aber worauf ich jetzt nochmal kurz zu sprechen kommen wollte. Ohne jetzt jemanden anzugreifen, hat jetzt letztens jemanden zugegeben, dass er das schon mal gemacht hat. Bei dir, du bist bestimmt eine Ausnahme. Aber bei allen anderen, ich würde so Leute den Hals umdrehen. Wenn ich sowas höre wie, der hat gehackt, dann habe ich auch angefangen zu hacken. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Wie bescheuert. Wie kommt man auf so eine Idee? Okay, wenn ich einen Hacker im Team habe, dann reg ich mich drüber auf. Also im Gegner-Team. Wenn ein bei mir im Team ist, wenn ich im Gegner-Team einen Hacker habe. Dann, ähm, und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Hacker im Team hatte. Ich weiß noch nicht, wie ihr, ihr müsst wohl voll Pech haben, weil mir Leute an Dauern schreiben. Ich habe jedes dritte Spiel einen Hacker. Ich habe die letzten 40 Spiele keinen Hacker gehabt. Oh, er ist afghan. Naja, wenn ich einen Hacker im Gegner-Team habe oder vermute, da ist ein Hacker, dann sage ich, scheiße, da ist ein Hacker. Und das war's. Das ist doch das allerbehindertste auf der Welt. Man ist der größte Bastard, bis auf die Ausnahme von einem von euch. Wahrscheinlich hast du einfach nur, ich weiß auch nicht. Aber, ähm, wenn man das so macht, dann ist man einfach ein heutiger Hurensohn. Ja, wirklich ein Hurensohn. Mit ganz, ganz kleinem Winzpimmel. Leider, leider. Wenn man einen Hacker im Gegner-Team hat, dann hat man halt einen Hacker im Gegner-Team. Was soll man machen? Dann schluckt man, äh, das runter, diese bittere Pille und geht dann ins nächste Spiel. Oder hört auf zu spielen oder, keine Ahnung, rasiert sich den Kopf, aber man muss doch nicht dann selbst anfangen zu hacken. Dann ist man doch der gleiche Bastard wie der im Gegner-Team. Und das macht das Spiel ja auch nicht besser. Weil sich dann vielleicht, also es scheint gerade so, als wenn alle hacken würden. Ähm, aber im normalen Spiel, wenn der im Gegner-Team ja jemand hackt und du fängst auch an zu hacken. Dann denken sich deine Mates und der restliche, und die restlichen, äh, Mitspieler aus dem Gegner-Team, denken sich auch, fuck, man, noch einen Hacker mehr. Noch einen Bastard mehr, der, äh, eigentlich kastriert werden sollte, damit er sich nicht fortpflanzt in dem Fall. Also, das ist einfach scheiße. Sowas macht man nicht. Macht sowas niemals. Niemals. Spielt Edge of Empire einen Hacker, holt euch da Kobras oder so. Also, du fangt, ne, oder, oder... Cheatet in Offline-Spielen. Wenn ihr einen richtig harten Cheater im Gegner-Team habt, geht erstmal schön in Edge of Empire rein, holt euch 50 Kobras und überfahrt einfach mal, äh, irgendjemanden oder so. Aber nicht online. Nicht, sag mal, der ist doch noch AFK die ganze Zeit. Das ist doch jetzt, äh, schon das dritte Mal, dass er rumsteht, oder? Wahrscheinlich hat er seinen Hack falsch eingestellt. Guck mal, er kann nur noch nach rechts laufen. Dummdödel. Ja, also macht sowas nicht. Das ist wirklich das... Das Schlimmste, was wir machen... Hacken ist das Schlimmste, egal aus welchem Grund. Der Grund ist völlig egal. Das ist so, wenn jemand sagt, ich hab jemanden umgebracht, aber, äh, nur so im Spaß. Oder so. Ne, das ist ein dummes Beispiel. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Die Begründung... Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Zumindest nicht hier. Nicht hier in CSGO, nicht was Cheaten angeht. Der Zweck heiligt sehr oft die Mittel. Aber... Nicht hier. Das macht man einfach nicht. Das ist... Und vor allem darf man sich da nicht über Hacker aufregen. Und das hat ja alles erst geboren, praktisch. Wenn man selbst hackt, darf man sich ja gar nicht über Hacker aufregen. Da man aber gehackt hat, oder nicht gehackt hat, und wegen dem Hacker dann hackt, ähm... Das geht nicht. Wie soll ich meinen? Das macht sogar... Das macht ja keinen Sinn. Da müsste man Hacker befürworten. Und sagen, ja, der hackt, der hack ich auch. Aber man kann nicht argumentieren, der hat gehackt, und jetzt muss ich auch anfangen, um dagegen und so. Oh, nee. Das ist einfach unmöglich. Sowas darf man nicht machen. Das geht nicht. Oh mein Gott, sowas geht nicht. Wir hatten letztens einen... Wie hieß er? Klassenhund. Richtiger Bastard. Klassenhund, falls du gerade zuschaust, gell? Der hat sich in einem Livestream, äh, hat zu uns gefunden. Und ich dachte, oh cool, ein neues Community-Mitglied. Und er war dann auch an dem Tag bei einem Führer-Game mit dabei. Und hat im Führer-Game... Ich gebe ihm auch grief, weil er AFK war die ganze Zeit. Er hat im Führer-Game gecheatet. Und wir haben ein dummer Blaführer-Game gemacht. Also schon gegen andere, gegen fünf andere, gegen ein anderes Team. Aber er hat da gecheatet. In einem Livestream von mir. Hallo? Wie bastardmäßig, wie hart muss sein Vater ihn vergewaltigt haben? Die ganze Zeit. Damit er so was, dass er auf so eine Idee kommt. Oder? Wie geht es? Wie fest muss sich dein Lehrer anfassen, dein Sportlehrer? Dass du so was machst? Ich habe keine Ahnung. Leute, auf jeden Fall, wenn ihr gegen Cheater seid, ja? Und das ist jetzt keine Sache, um an Daumen zu gelangen. Aber wenn ihr gegen Cheater seid, für Geld, für Gesundheit und gegen Nazis, gebt einen Daumen nach oben. Ohne jetzt Daumen erhaschen zu wollen. Okay. Und natürlich auch abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Und falls jetzt jemand Neues da ist. Hallo Neuer! Ich hoffe, du bist auch gegen Cheater. Falls nicht, dann darfst du nicht abonnieren. Wenn ich jetzt einen Abonnenten mehr habe und der befürworte Cheater, bringe ich mich um.